So, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Und zwar... Es geht darum, dass es jetzt erstmal mit dem Mittwoch weitergeht. Da mir aktuell ein wenig die Ideen fehlen, was Spiele für Mittwoch angeht und ich auch nicht ständig... Jungs von 3 Amigos in der Vergangenheit. Ähm, gibt's ne kleine Änderung, was die Mittwoch betrifft. Im Hintergrund seht ihr währenddessen ein Watchmen gameplay. Wenn... und zwar wird ab nächster Woche dann Mittwochs Star Wars Jedi Fall Order kommen. Anstatt wie sonst gewohnt irgendein Wendelspiel. Denn da sag ich mal im Voraus, wahrscheinlich werden wir das Spiel auf 100% spielen. Einfach... um ein bisschen... kurze Story auszugleichen, sag ich jetzt mal. Ja... Ansonsten... Es läuft ja darauf hinaus, ich hätte theoretisch wohl Spiele für den Mittwoch. Allerdings ist immer die Frage, auf was man Lust hat. Und dann auch, wie viel Sinn es macht und kann man das alleine spielen und alles. Und da... Also vor allem, was das alleine spielen angeht, dann immer so ein bisschen die Spiele ausgehen. Ist es häufig Mittwochs planmäßig sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Und dadurch... Und dadurch... habe ich entschieden, jetzt erstmal das mit dem random Spiel damit überhaupt zu lassen, sag ich mal. Und stattdessen jetzt ein richtiges Let's Play hinzumachen. Es ist definitiv auch von der Planung her einfacher, als wieso diese normalen Mittwochsvideos, wie ich sie bisher immer gemacht habe. Bei diesen Mittwochsvideos muss man halt mal erst alles absprechen und wenn man dann irgendein Let's Play jetzt hin haut, dann muss man dann nicht vorher noch auf andere Leute gucken, Zeit ist bei mir drin, sondern man kann es für sich selbst planen. Auf dem alle ist es rum und... Daher mache ich das auch so jetzt. Es wird... vielleicht nochmal... dieses Format geben mit random spielen. Aber... das liegt jetzt erstmal in der Ferne. Wenn überhaupt ist das... wenn die aktuellen Let's Plays, also... die Tomb Raider Spiele... Jurassic World... Dangerive on Order... durch sind. F1 wird ja eh ein Dauerprojekt sein. Dann kommt vielleicht nochmal so was mit Mittwoch. Aber jetzt erstmal... machen wir das dann so mit den Let's Plays. Wir gucken dann, ob wir nochmal so einen Mittwoch hin machen. Ja, das ist halt das, was ich euch in dem heutigen Video sagen wollte. Deswegen heute auch nur ein kurzes Video, kein anderer Upload dann heute mehr. Das nächste Video wird dann am Freitag F1 sein, das Qualifying von Spanien. wo ich dann... ein bisschen rumspielen werde, mit den Aufnahmen vielleicht. Also auch mit den Wiederholungen, von wie schnell rum sind ein. Werde ich da vielleicht mal ein bisschen rumspielen. Wie das denn alles aussehen wird, seht ihr dann am Freitag. Und ich würde dann sagen... Bye Bye!